Dehnungsspannung, ober Schengenrückseite, Rückenmuskulatur, rückwärtige Körperseite. Kennst du aus dem Dehnzirkel in diesen 90 Grad, sitzt bei der Grundgesäß weit nach hinten schieben und die Fersen zum Boden sinken lassen. Der Oberkörper kann zwischen die Arme gebracht werden, um auch ein bisschen Zugspannung für die Brustmuskulatur zu erreichen. Auch das geht ohne Gerät. Sehr gut, kommt aus dem Yoga der gestreckte Hunde nach unten, die Helme landen unterhalb der Schulter, die Füße wandern weit nach hinten zurück. Du drückst dich jetzt fest mit den Händen nach hinten weg, lässt die Fersen soweit du kannst zum Boden sinken und schiebst das Gesäß, die sitzt beim Hocker nochmal weit nach hinten raus und kommst so in eine gute Streckposition für die ganze Wirbelsäule. Wenn du ein bisschen mobilisieren möchtest, nimmst du die Ferse hintereinander rechts-links, vom Boden gelöst nach oben, du mobilisierst und löst ein bisschen vom unteren Rücken. Und erst den Bereich Knie absetzen und zur Entlastung das Gesäß durch die Ferse sinken lassen.